Deshalb zeigen wir diese Bilder vom alten Hanau. Aufbauarbeit, Herr Oberbürgermeister hat es gerade gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Einige davon sind noch da. Es gibt immer einen schönen Kaffee und Kuchen, wo dann auch gedankt wird an diese Menschen, die das aufgebaut haben. Wir haben eine wunderschöne, emotionale Zeitreise und danach war es piff, bach, puff im Himmel. Das ist sehr platt gesagt, aber ihr wisst, was kommt. Jetzt erstmal viel Spaß. Dein Hanau, eine Zeitreise in Bilder. Viel Spaß, wir hören uns gleich nochmal. Das ist ein Schöne, ein Schöne. Das ist ein Schöne. Vielen Dank. 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 Thank you. ... 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